Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld und heute steht es wieder ganz im Fokus, dass ihr im Fokus steht. Eure Meinungen, eure Ideen, eure Vorschläge kommen heute hier im Video und in den Kommentaren ganz wichtig zur Geltung, denn wir wollen heute einfach mal ganz grob planen, was eigentlich auf dem Tisch hier vorne passieren soll. Ich zeige euch, was meine Ideen für das Ganze sind. Hier und da habe ich schon ein bisschen was erzählt. Heute zeige ich euch das Ganze ein bisschen konkreter und dann seid ihr dran und könnt mir schreiben, was ihr dazu denkt. Und wir fangen hier vorne an. Ihr seht, ich lege das Ganze jetzt mal ein bisschen mit Bricks und verschiedenen Farben aus. Das hier ist unsere Straßenbahnlinie, die wird dann hier einen kleinen Knick machen, 45 Grad und dann geht es nach oben, denn das Ganze soll dann mal eine Brücke im Prinzip werden auf dem nächsten Tisch oder Tischchen, besser gesagt, die dann hier über die Gleise geht und dann oben auf der Höhe ist, auf der hinten auch die Schule ist. Dementsprechend haben wir hier natürlich auch eine Biegung in der Straße und das Ganze hier in der Mitte. Das hier ist der, ja, ich glaube, vor vier Jahren mal angefangen und angekündigte Kreisverkehr. Eine der Straßen geht dann hier hinüber, eine hier zum Busbahnhof und eine andere geht hier im Prinzip dann hinüber in den Bereich des neuen Tisches. Die Eisenbahn, die Gleise der Straßenbahn gehen hier einfach durch. Gibt es ganz oft, könnt ihr euch mal, kennt ihr wahrscheinlich den einen oder anderen auch, Kreisverkehr, in denen die Gleise einfach drüber gehen. Das ist kein Problem. Die Fahrzeuge fahren dann natürlich im Kreis und dann sollte das hier unser Kreisverkehr sein, den sich viele gewünscht haben und wir endlich genug Platz dafür haben, um das Ganze hier an dieser Stelle umzusetzen. Wie gesagt, das Ganze wird an eine Brücke übergehen, die wird auf die Höhe gehen von dem Geblende dort hinten und dann werden wir hier da, ja, ich denke, ein schönes Konstrukt irgendwann in ferner Zukunft haben. Aber das Ganze wird hier dementsprechend schon mal, ja, geplant und vorbereitet. Wir springen weiter zum eigentlichen Thema des Tisches und zwar möchte ich hier abgehend von unserem Kreisverkehr eine Straße hinunterführend haben, die hier einen Knick macht, auch hier wieder in 45 Grad, einfach auch um grundsätzlich erstmal das 90 Grad Grid von Lego aufzubrechen und auch um interessante Winkel und auch interessante Bauweisen zu ermöglichen. Ich werde jetzt einfach hier mal einfach nach und nach euch alles darlegen, wie ich es mir vorstelle. Ihr könnt dann jederzeit eure Ideen dazu unten in den Kommentaren hinterlassen. Ich freue mich darauf, ihr wisst es ja, wir haben ganz oft solche Themen gehabt, dass ganz viel von eurem Feedback hier einfließt und ich möchte jetzt mal ganz grundlegend hier mal meine Ideen vorstellen für diesen Tisch, damit ihr seht, wohin ich persönlich dachte, die Reise geht, aber wie immer wird sie wahrscheinlich ein paar Umwege machen, ein paar Veränderungen haben, weil eure Ideen einfach sehr, sehr viel Einfluss, auch eben sozusagen die Schwarmintelligenz, die Schwarmideen schafft hier immer einen riesen Einfluss hat auch und zu, ja, deutlich besseren Ideen führt. Wir springen nochmal kurz weiter und dann seht ihr hier, hier möchte ich nochmal eine Straße einbringen, die ein bisschen schmaler ist, einfach auch hier nochmal im, sozusagen, 90 Grad Winkel, dieser 45 Grad Straße. Dadurch kommen wir nämlich hier nochmal ein paar interessante Blickwinkel rein, auch nochmal ein bisschen eine schmalere Seitenstraße, die wahrscheinlich nur eine Einbahnstraße sein wird, weil sie eben relativ schmal sein soll und eben nicht so viel Platz wegnehmen soll, damit mehr Platz für andere Dinge ist und auch das wird wieder einen sehr interessanten Blickwinkel später mal ermöglichen, was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, dass einfach das so ein bisschen Platz zum Entdecken gibt, ein paar schöne Blickwinkel auch für Aufnahmen, Video oder auch Bilder, dass das alles ein bisschen mit reinkommt. Hier vorne wird die Straße dann wieder im geraten Winkel rüber gehen, das hat auch, ja, das werden wir vielleicht in einem der nächsten Videos mal ein bisschen definieren, warum ich das machen möchte, aber es ist jetzt noch nicht so wichtig. Jedenfalls seht ihr hier die grobe Form der Straßen auf diesem Tisch. Aber Straßen sind nicht alles, wir brauchen natürlich auch Gebäude. Das erste Gebäude, das wisst ihr auf jeden Fall schon, das ist das Kino. Da haben wir hier vorne ja schon mal angefangen, den Eingang sozusagen anzudeuten. Das Ganze, was jetzt hier gelb markiert, ist der oberirdische Teil des Kinos. Hier könnte man vielleicht auch nochmal einen Eingang reinbauen, damit man so zwei Eingänge hat. Das Ganze ist jetzt vielleicht relativ klein von der Fläche. Die Idee ist aber, dass ähnlich wie das Chinichitta, kennt ihr vielleicht, in Nürnberg, ist Rauch überirdisch relativ klein und die ganzen Kinosee sind hauptsächlich unter der Erde, auch unter anderen Gebäuden. Deshalb wird das ähnlich hier sein, damit wir auch oben auf dem Tisch nicht so viel Platz wegnehmen und unten drunter können wir dann uns austoben. Hier möchte ich noch ein kleineres Gebäude hinbauen. Die Idee ist, dass es nicht ganz bis zur Tischkante geht. Dann können wir nämlich hier nochmal so eine Art Zugangshinterhofstraße, Einfahrt, wie auch immer, die dann auch eine Verbindung hat zum gelben Gebäude, also zum Kino. Dann haben wir hier am Rand des Tisches, da gibt es ja auch wieder unterirdische Ansichten, dass wir hier gleich noch eine kleine Storyline einbringen können, die am Rande des Tisches ist und da noch einiges zu sehen gibt. Dann hier vorne nochmal ein kleines Gebäude, auch mit einem sehr interessanten Grund. Das sind sehr viele Gebäude, wenn man das so verfolgen möchte, mit sehr interessanten Grundrissen. Auch hier bedachte ich mir, dass wir noch eine kleine Gasse hier drin lassen, auch auf hier Platz für ein bisschen Storytelling etc. Dann können wir hier ein etwas kleineres Gebäude, also kleiner im Sinne der Brickworld, nicht kleiner im Sinne der üblichen Gebäudegröße von Lego. Aber ich denke, damit füllen wir den Bereich hier vorne auf und da hinten kommt ja noch der Daily Bugle hin, also meine Version davon. Und ich denke, dann ist der Bereich hier vorne schon mal gut grundsätzlich überlegt, was genau jetzt in den beiden blauen Gebäuden drin sein wird. Das ist eine Sache, ob ihr euch auch Gedanken machen könnt. Kommen wir zu den nächsten Flächen. Wir haben hier vorne diese sehr, nennen wir sie mal dreieckige Fläche. Hier hätten wir, denke ich, meiner Meinung nach Platz für zwei Gebäude. Ein weißes Gebäude in einer sehr interessanten Form und ein etwas kleineres mit dieser gelben Form. Auch die werden wahrscheinlich sehr interessant zu bauen sein. Wir haben hier kaum rechte Winkel, aber das ist ja auch der Spaß an der ganzen Geschichte. Hier könnten wir hauptsächlich wahrscheinlich auch wieder Richtung Wohnungen gehen, aber in unteren Etagen könnte hier und da auch noch was anderes zu finden sein. Zum Beispiel einen Zahnarzt, der wurde schon öfters gewünscht. Da habe ich sogar ein paar bedruckte Elemente schon mal hier und da besorgt. Das könnten wir irgendwo einbauen. Ansonsten seht ihr hier im rechten Bereich, dass ich hier vorne in dem Bereich extra eine Lücke lasse und hier kein Gebäude mit reinsetzen möchte, sondern kommt in den grünen Bereich rein oder Bänke oder dergleichen, vielleicht ein Brunnen, ermöglicht nämlich wieder einen sehr schönen Blick hier in diese kleine Seitenstraße. Hier haben wir das weiße Gebäude, das ist das einzige, das relativ gut in einem rechten Winkel ist. Das gelbe Gebäude und das blaue Gebäude hier, das ist wahrscheinlich überstehend auf den nächsten Tisch. Das habe ich hier nur angedeutet. Und hier kommt ein kleiner Knick rein, weil wir haben hier schon die Straße, die nach oben geht. Das heißt, da wird es schon ein bisschen nicht eine direkte Verbindung zum Gebäude geben können, weil die Straße sich ja langsam anhebt zu dieser Brücke. Und dann haben wir insgesamt acht Gebäude in der Idee, die ich momentan habe, auf diesem Tisch. Ich denke, das passt auch von den Maßstäben ganz gut hier rein, dass sich einiges damit umsetzen. Aber die Frage ist natürlich, was genau? Grundsätzlich die Frage, haltet ihr dies für eine gute Idee? Mir war das das, was ich mir längere Zeit überlegt habe, auch schon bevor der Tisch hier hinkam, weil es einfach sehr interessante Blicke auch gibt. Diesen Blick hier durch in der Schräge, hinten Richtung der Brücke, als auch zum Oskop Tower. Auch hier vorne, wenn man hier steht und auf diese Hauptstraße guckt, sieht man dann, ob da hinten zum Beispiel noch dieses blaue Gebäude sehr schön. Je nachdem, wie hoch die Gebäude hinten sind, auch das weiße und das gelbe hier angedeutete. Und ich denke, das sind grundsätzlich sehr schöne, interessante Blickwinkel, vor allem, wenn das Ganze mal fertig ist. Wie gesagt, hier kommt noch ein Deli Bugle hin und da hinten noch ein kleineres Gebäude. Da müssen wir mal schauen, wenn dann, denke ich, erstmal die Brücke angefangen ist, dass man dann mal schaut, wie man das mit dem Gebäude löst. Denn da müssen wir ein bisschen schauen, wie viel Platz wir eigentlich haben. Aber grundsätzlich ist das meine Idee für die Umsetzung auf diesem Tisch. Manche werden jetzt natürlich fragen, wo ist denn eigentlich das Technische Museum? Das Technische Museum ist nicht sozusagen vom Tisch, haha, Wortwitz, sondern wird auch immer noch einen Platz in der Stadt finden. Aber momentan, dadurch, dass das Kino an der Stelle einfach die perfekte Position hätte, habe ich mich jetzt erstmal entschieden, das Kino dort als Großgebäude sozusagen einzubringen. Das Technische Museum direkt in der Nähe wäre meiner Meinung nach tatsächlich zu viel an großen Gebäuden. Wir brauchen ein bisschen was Kleineres, um das ein bisschen aufzulockern, ein bisschen Storytelling-Platz zu haben, etc., etc. Deshalb, das ist mein momentaner Plan. Wie gesagt, jetzt seid ihr dran. Was sind eure Ideen? Und was denkt ihr dazu, das ist jetzt eine Grobplanung für die kommende Zukunft, Monate voraus, aber Planung ist eine ganz wichtige Geschichte. Das seht ihr jetzt auch nach und nach, auch schon bei den anderen Dingen, die in den letzten Monaten und Jahren gemacht wurden, dass es langsam nicht alles zusammenfügt, weil auch Sichtachsen, etc. angeht. Deshalb hier schon mal die grobe Planung für den aktuellen Tisch. Also, auf jeden Fall eure Ideen jetzt unten in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr? Haltet ihr das grundsätzlich für eine gute Idee? Was könnte in den Gebäuden sein? Habt ihr andere Ideen, Storytelling-Ideen, etc., etc.? All das hat jetzt Platz unten in den Kommentaren. Und ich hoffe, die Kommentare explodieren heute, denn ich bin wirklich gespannt auf euer Feedback. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Ansonsten sage ich noch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen heute. Nächstes Video ist wieder ein normales Update. Also, bleibt dann dran. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal und tschüss.